Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder Flosch und die... Franz Berries! Wir waren gerade bei McDonalds. Ich bin... SAUER! Ich bin auch richtig sauer. Und zwar das heutige Video dreht sich um McDonalds Wartezeiten, allgemein Wartezeiten. Mich hat das so abgefuckt. Sorry für die Ausdrucksweise, aber wir waren wirklich... Bei McDonalds waren wir. Eine dreiviertel Stunde bei McDonalds. 20 Uhr, 25 Minuten hat Franz sie angestanden und hat drei Burger bestellt. Die wir jetzt hier... Ich habe jetzt zwei. Zwei in der Hand haben. Einen haben wir schon gegessen. Und dann nochmal auf einen Burger 20 Minuten gewartet. Ja! Weil die einfach nicht klarkamen, ne? Also, ich weiß nicht. Ich hab dafür keine Worte. Vor zehn Jahren hast du nach drei Minuten einen Burger gratis gekriegt, wenn du wartet hast. Und ein Sorry und da haben du noch einen Kniefall vor dir gemacht. Und jetzt? Nichts, gar nichts. Ihr könnt doch mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, bzw. habt ihr sowas schon mal erlebt. Bei McDonalds und dergleichen. Da würde ich mich tierisch drauf freuen. Schreibt es in die Kommentare. Genau. Thema ist heute. Weg damit. Und so lange anstehen und warten. Es bleibt noch was. Genau. Gut. Wir sind erstmal raus. Macht's gut. Gut. Wir sind jetzt hier. Na, da.